Ja, das erste Mal im Leben filmen wir jetzt nicht den Regen. Unterweilen, Umbrella. Die Felste, dieser Turm. So, habe ich auch Bier gekriegt. Ob das Rehmet jetzt oder nicht. Die schöne Turm. Wie, ich bin ganz, ganz da oben. Aber... Da sitzen einige Leute wegen der Regen. Da sind wir drin. Ups. Bin ich. 4 Meter. Jetzt kann man es umhauen. Jetzt ist Schluss. Tschüss. Leider habe ich eine regnerische Sonntage ausgebucht. Da habe ich sein Bier. Das ist ein Schloss. Oder ein Burk. Wie man da sehen. Wie man da sehen. So. So. Ist der Regen gefühlt. Beschloss von Süde Berg. Stohlberg. 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 Ja. So kann man da heiraten. In dieser Burg. Stohlberg. Der hat schon geheiratet, glaube ich. Stohlberg. Stohlberg. diese tafel ich glaube das sieht man jetzt nur noch die regen hat kein zweck zu lesen habe ich es geschafft so so